So, probieren wir's. Halt noch mal. Niemand. Niemand ist hier. Ich versteck mich erst mal. Aber die Batterie nehmen wir trotzdem mit. Kriselfilter. Wir warten erst, bis er weg ist. Ist er weg? Ich weiß es nicht, das ist ja das Schlimme. Geh mal raus. Shit. Mist. Könntest du bitte gehen? Er ist da hinten reingegangen. Ich verstecke mich. Kommt der hier jetzt nicht rein, oder was? Ich trau dem nicht, das ist es ja. Hallo? Hier ist niemand. Geh weg! Genau. Wir sind verschwunden. Er ist weg. Schnell die Batterie wechseln. Oh, fuck, 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 fuck! Loaf! Bitte guck hier nicht nach. Bitte guck hier nicht nach. Na, wieder ein Geist. Ja, nee, ist klar. Geh weg! Gehst du jetzt! Weg, weg, weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh, shit! Kommt der Sack auch noch wieder, oder was? Kommt der Sack auch noch wieder, oder was? Geh weg! Was? Wie hat er mich denn jetzt überhaupt gesehen? Alter, meine Pumpe! Oh Gott, wie hat er mich hier gesehen? Scheiße! Mann, 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 Mann! Tutsu! Batterie! Hoi! Geh weg! Geh weg! Bin ich bescheuert! Geh weg! 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 Verguckst du dich! Geh weg! 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 Raus? Kommt man hier wieder raus? Nein. Nein. Nicht du schon wieder. Mal dich. Bitte findet mich nicht. Bitte find mich nicht, bitte find mich nicht, bitte find mich nicht. Ja, wieder ein Geist. Du hast zwar den Geist vorhin verprügelt, aber... Sei es drum. Ist der jetzt noch hier? Hm. Verlassen wir mal die Örtlichkeiten. Oh, Batterie, lass mich jetzt nicht im Stich. Hallo und auf Wiedersehen. Ja, 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 ja. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich sehe nichts. Ja, ja, ich laufe ja schon. Ich laufe nur hier wahrscheinlich ewig im Kreis. Ja, genau, hier lang. Ich komme hier nicht. Mann! Nein, der Scheiße hat er mich gesehen. Oh, Mann, ich sehe es doch schon kommen. Ich komme hier nicht mehr lebend raus. Ja, ich weiß doch gar nicht wohin. Ja, ihr Gott, gehst du jetzt mal da rein. Mann, die Örtlichkeiten, ich habe keine Ahnung wohin. Hey, ganz ehrlich, Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. actually, ja, ich sehe es doch dazu. Vielen Dank.